So, hallo, wir machen weiter bei Watch Mario. Das letzte Mal sind wir in dieser merkwürdigen, vermutlich letzten Welt gelandet. Dear Frederickson, I do see the operation of the system. Okay. Und haben den Link nach Lagoia gefunden, der uns dann zu dem Abschnitt gebracht hat, den wir noch nicht hatten. Ich gehe mal davon aus, dass wenn wir das Level hier spielen, auch zu einem Abschnitt kommt, den wir noch nicht hatten. Es ist schön, dass man hier lesen kann, ohne gestört zu werden. Das ist auf jeden Fall sehr freundlich. Okay. Tolle Musik, auf jeden Fall. So, Dankeschön. Hi. So. Ich verfolge das schon mal abgehängt. Hier ist nix. Oh Junge. Oh Junge. Das wird nicht nett. Mit dem Laser vor allem. Wird geht das Ding? Oh Junge. Oh Junge. Ähm. Ähm. Okay. Ich nehme das so hin. Jo. Ach, ich dachte, der geht raus. In die Röhrer, in die Röhrer, in die Röhrer. Hä? What? Dann gehen wir halt nicht in die Röhrer. Ich hoffe, da muss man nicht rein. Irgendwann. Tschüss. Hä? Warum fällst du nicht? Frech. Fall. Oh Junge. Nein, lass mich in Ruhe. Nee. Tschüss. Okay, sag ich, hab ich meine Ruhe. Ist auf den Puderser, den ich gerade gesehen habe. Ist mir dieser Fragezeichen Block das wert? Nein. Oh oh. Ja, vielleicht ist es mir doch wert. Wenn man davon ausgehen kann, dass da ein Pilz drin ist. Habe ich es aufgescreened? Ja, nice. Ja. Nee, ich verstehe das. So, lass mich in Ruhe. Der Mon interessiert mich nicht. Raus. Okay, das ist noch nicht raus. Was? Will ich es wissen? Das sind einfach nur Bus, oder? Ja. Ich will da rein. Ich will da rein. Ich will da rein. Okay, ich will da nicht rein. Licht da rein. Nein. Oh Gott. Ich laufe jetzt einfach durch. Okay. Aber ist in der Tür kein Ziel. Das ist ein Midway Point. 20 Sekunden. 20 Sekunden. Willst du mich veralbern? Wie schnell soll man denn da durchkommen? Das kann ich ja komplett knicken. Das kann ich ja komplett knicken. Das kann ich ja komplett knicken. Ja gut, als hätten wir den Midway Point eingesammelt. Gut. Ja, das wollte ich nicht. Ich werde jetzt nicht alle Röhren ausprobieren, weil wir jetzt genauso viele Röhren kommen wie vorhin. Oh, geh weg mit deinem Feuer. Also im Original ist das Feuer. Dass das eine Hand ist, jetzt sehe ich schon. Krabbelhand. Ich verzichte. Oh, jetzt kommt er wieder. Aber wenn wir schon extra... Ich wollte gerade sagen, Fehlern bekommen. Oh mein Gott. Ja, cool. Das ist ja super. Alter. Was zur Hölle. Ich würde sagen, wenn wir schon extra Fehlern bekommen, dann werde ich sie auch versuchen zu nutzen. Oh. Komm, gib mir eine Feder. Na gut. Nehme ich auch erstmal mit. Vielleicht kann ich damit... Gleich ganz frech... Mist. Verfehlt. Verfehlt. Oh je. Aber einer kommt noch. Oh. Das ist ja frech. Oh. Habe ich die Zeit, da hinzukommen? Ja. Nice. Toll. Super. Das war's wert. Oh Mann. Also das erste ist eine Blume. Will ich somit eigentlich gar nicht haben. Nicht gut. Das ist einfach, wie der gepasst hat, ne? Mann, Mann, Mann. Schneller als du bin ich nicht. Bei den einen Rollen kommt man drüber, bei den anderen nicht. Das ist auch falsch. Nein, über die komme ich wieder nicht. Aber da ist meine andere Feder drin. Jetzt ist es nur noch ein Pilz. Aber auch den nehme ich gerade. Mist. Ah, ich hab nicht. Also da brauche ich schon entweder eine Blume oder eine Feder, sonst komme ich da nicht durch. Puh. Fang mich doch. Ach, Mann. Ich krieg, dass ich die halt nicht loswerde, ist blöd, ne? Oje, das haut mich hin. Das lass mal gleich sein. Ja, super. Das meinte ich mit... Wieso? Wieso konnte ich jetzt wieder jetzt springen? Grrr. Grrr. Ich bräuchte halt was zum Hochwerfen. Ich glaube, dann würde ich den loswerden, ne? Aber ich hab halt... Ne, das ist ja der Feuertyp. Den kann ich nicht loswerden. Auf dem könnte ich nur spinch haben. Das ist Quatsch. Super. Gib mir, gib mir den Pilz. Ah, ich hasse es. So viel Hass. Ich will an dem Laternen-Typ eigentlich lieber einfach nur vorbei. Weil dann... Hier zieht er ja dann... Irgendwo von selbst Leine. Da. Da kann ich mir den Pilz hier... Äh, die Blume holen. Was eigentlich ganz gut ist. Weil er kann mir jetzt eigentlich nichts, solange ich die Blume habe. Bis zu dem Punkt, wo ich sie dann halt wieder verliere. Nein, jetzt kommt der schon. Ich hab gehofft, ich kann noch warten. Weil so... So wird es halt wieder nur der Pilz und nicht die Feder. Okay. Haben wir es jetzt? Wie weit ist es denn da? Oh, Gott sei Dank. Was kommt jetzt? They both need stopped. Neither one of them reason with the other. One of them plans on attacking their wave. Also damit sind wohl die beiden Wolkentypies gemeint. Das ist ja... Mario und Luigi verschnitt. Larry Cooper ist das alles. Ja. Das ist ja gut jetzt mit Story. Haben wir es jetzt. Dankeschön. So, und jetzt kommen wir in den Stern oder was? Nee, der Composer. Okay. Äh. Da ist eine Tür. Und da geht es aber auch weiter. Aha. Man kommt hier wieder zurück. Warum? Ach so, weil das nur Story... Das sind die ganzen Musikdinger. Wait. Wenn das jetzt scrollt, ne, dann bin ich tot. Ach so. Also hier wird man praktisch Hinweise bekommen, wo die Notendinger sind. Aber woher weiß denn das Spiel, welche man hat? Es ist ja meistens kein Exeter mit verbunden. Geh weg. Hm. Bleib, komm, komm mal hin. Ach, toll. Toll. Okay. Ah, super. Ach komm. Jetzt sind doch nur sechs Blöcke. Super. Toll. Großartig. Halt, da war eine Feder drin am Anfang. Habe ich ganz vergessen. Äh, okay. Also, jetzt ist es ein Pilz. Aber es war eine Feder. Nein. Nein. Und ich glaube, fast in dem Level, wo wir aufgestiegen sind, also in diesem, wo es so dunkel war, nach unten, ich glaube, da ist noch so ein Notenviech. Bin mir nicht sicher. Kannst du mir mal vorstellen. Oh, könntest du dich bitte einfach löschen? Okay. Was ist jetzt wieder los? Ich will da hoch, bevor es hier irgendwie Action gibt. Denke ich halt so hoch. Nein! Oh, sowas ärgert mich, wenn ich so einen Quatsch mache. Warum mache ich so einen Quatsch? Warum? Mach doch einfach mal nicht so einen Quatsch. Vielleicht schaffen wir... Never mind. Natürlich wollte ich sagen, vielleicht schaffen wir es ja mal, unseren Pilz zu behalten. Spawn bitte unter mir. Danke. Bruder. Komm her. Schwitz. So, was kommt jetzt hier, außer springende Fische? Moles. Und eben hier. Oh, was? Ah. Nein! Nein! Oh, und trifft er mich auch noch. Gott, nee, Mann. Oh, tschüss. Ich hoffe, ich brauche dich nicht. Ach, okay, nicht. Ich dachte gerade schon. Nein. Gib mir den Pilz. Hier gibt mir halt keinen Pilz. Oh, ich muss da hoch, ne? Oh, oh. Habe ich den Maul erwischt? Nein. Das ist jetzt nicht so gut. Nein! Ach, Mann! Aha! Ein Midway Point wäre übrigens ganz nett gewesen nach dem ersten Raum. Aber das ist wieder zu viel verlangt. So, wenn ich groß bleiben würde, bräuchte ich ihn ja nicht. Es würde mir vieles vereinfachen, groß zu bleiben. Ich raste aus. Komm her. Ja. Unten. Unten. Unter mir. Unter mir. Dankeschön. Spitz. Er kann theoretisch erstmal weg, sobald er auftaucht. Wann kommt der? Ab hier irgendwo. Ja. Ist es denn mein... Ernst? Aber der verschwindet, sobald ich... Sobald ich den sehe, mache ich den weg. Ich brauche den erstmal nicht. Ach, hier komme ich so rum. Du kannst weg, mein Freund. Nein, du kannst weg. Oh Gott. Na. Na. Ach, das ist wieder... Na gut, dann mach halt einen Block kaputt, dann hab ich's halt ein bisschen leichter. Dankeschön. Hier käme übrigens was raus. Kommt mir grad so. Kommen wir jetzt mal erstmal weg. Das gefällt... Das gefällt mir wiederum. Ich wollte grad sagen, das gefällt mir nicht. Aber was da kommt, gefällt mir dann wieder schon. Komme ich da drüber? Nein. Dann will ich auch gar nicht, dass ihr da den Quatsch untermannt. Lass mich nur. So. Die geht nicht. Oh Gott sei Dank. Was ein doofes Level. Ei, ei, ei. Puh. Wo kommen wir jetzt hin? Cool. Das hat's gebracht. Dann haben wir gerade nur noch Spiked Disruptions zur Verfügung. Aber da geht's sicherlich danach noch weiter. Okay, da ist nichts. Wo sind die Spikes? Da sind die Spikes. Ja, das ist in der Tat eine Störung. Wo, 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 wo. Kann ich da hin? Wahrscheinlich kann ich das. Hüpp, okay, da kommt mal rein. Äh. Neh mich. Neh mich. Shaky Stability. Okay, wir spielen das mal normal weiter. Aber den Secret Exit nehme ich auf jeden Fall schon mal. Sehr gerne. Ja, ich muss warten. Ich werde immer wieder gestört. Deswegen, das wacht schon. Das wollen wir nicht. Moment, kam hier nicht auch irgendwo? Ja. Nein! Gut. Ich hole mir mal die Oshikon, solange ich es kann. Darf ich nur nicht in die Röhre reingehen? Ähm. Wo kommen die Dinge jetzt hoch oder runter oder sonst was? Nirgends. D-d-d-d-d. Okay. Jetzt wären es die Schnellen. Wenn man da drin landet, ist man meistens insta-tot. Das nicht so cool ist. Okay. Okay. So weit, so gut. Ähm. Gib mir das. Aber dann hat sich das mit dem Yoshikons wieder erledigt, weil die werden dann nicht gespeichert. Wenn ich jetzt sterbe, und das wird wohl passieren, bringen mir die eh nichts mehr. Nein! So offensichtlich wollte ich es jetzt eigentlich auch nicht sagen, aber gut, meinetwegen. Meinetwegen. Heraufbeschwerden wollte ich es nicht gerade, aber... Naja. Passiert. Okay, wir sind wieder... Hm. Das wäre die vierte gewesen. Ja, das wäre die fünfte gewesen. Toll. Die hätten wir haben können. Naja. Haben wir nisch. Awaiting Conclusion, aber wir machen erstmal mit den Secret-Excel-Weg weiter. Wackelige Stabilität. Shaky Stability. Warum ist das jetzt wieder so eine Bossmusik? Okay. Was stampft da rum? Ah. Oh nein. Oh nein. Ähm. Okay. Das ist ja... Nee. Nee, Freunde. Ähm. Toll. Also, manche Goshi-Coins muss man einfach nicht haben. Ach, da drüben stampft es ja auch schon. Lull. Ach ja, hier kommt ja erst noch der Zwischenraum, richtig. Warum eigentlich? Gib mir doch gleich zwei Pilze und gib und lass mich... ... in das Level rein. Aber gut. Das ist, wie es ist, ne? Äh. Das hat von besser funktioniert. Ach, er hat mir ja gar nicht zwei Pilze gegeben. Das ist ja der erste. Ich habe nur den anderen, habe ich mir ja selbst gewohlt. Ups. Ich habe nix gesagt. Gar nichts gesagt. Nein. Da ist meine Fläche und da ist mein Pilz weg. Cool. Also, da unten kann ich stehen, wenn das runter geht. Ich muss nur richtig schnell weiter. Ich brauche sie gar nicht mitnehmen, weil ich die dritte eh nicht hole. Nein. Ach. Hier wäre es echt einfacher, mit Fehler reinzugehen. Das werde ich gleich mal machen. Okay. Okay. Cool. Wieso? Hat er sich jetzt gerade gesättet? Was zur Hölle? Nein. Ich bin so bald. Mann. Wo war das mit der Feder? Hier. Nein, Quatsch. Da war das. So. Off. So, hier müsste ich doch genug Anlauf nehmen können. Wow! Okay. Aber wir sind schon mal hier drin. Ja, ist okay. Kann ich mitleben. Aber dass die Feder... Oh nein, die ist weg, ne? Nein, ich komme wieder ran. Uh! Zum Glück fallen die ewig langsam. So, was kommt? Nü? Wir wissen es nicht. Nein! Okay, schön, schöne Blöcke bleiben. Dann komme ich klar. Oder wieder ein Block. Ich traue mich nicht. Woher soll man denn wissen, wie es hier weitergeht? Oh Mann! Was ist ein Quatsch? Ich meine, ich hätte scrollen können. Ja. Oh oh. Das war wieder blöd Mann Wir haben ja alle Zeit damit, wir können hier erstmal warten und dann einfach rüber Okay So Das hier sehe ich nicht ein Okay Also der hat sich sicherlich sehr viel über seine Story gedacht, aber Holy Moly Yay, das wäre die letzte gewesen Nein, danke So, das war ein Stück Story Haben wir alle verstanden, ne? Geht auch nicht weiter Cool, okay Awaiting Conclusion Kriegen wir noch hin Ja, dass jetzt nicht wieder so ein komisches Level ist Lass es bitte nur kurz dunkel sein Das sieht genauso aus wie das Original Das sieht genauso aus wie das Original Oder? Fast zumindest Ja doch, jetzt kommt die Brücke Und dann kommt der Bossraum Ich wollte gerade sagen Kommt jetzt etwa Bowser Wordplay Wordsalid Tileation Fallacy In What? What? Kann jemand eine Doktorarbeit bitte darüber schreiben? Was? Was war dieses Level? Es geht nicht weit Was? 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 Ich habe Fragen... bekomme ich Antworten... Hier ist einfach nur diese Röhre, ne? Sonst ist da nichts... Na, flieg halt einmal jetzt hoch. Das auch nichts. Ich werde gleich mal eine Sache nachschauen. Nämlich wie viele Exits wir haben, von denen die wir haben sollten. Hier kommt ja leider kein Speicherdings, aber... Wir können ja ganz kurz dieses Level nochmal spielen. Nein! Ach... Nein, der speichert hier nicht mal! Oh Mist, bei welchem Level speichert der denn? Hörn! Hörn! Wait, haben wir das schon gemacht? Ach... Ach, das war... Das war ja wieder nur so ein Ding. Wurschtbar... Ich brauche doch irgendwas, wo er speichert, sonst kann ich nicht die Exit-Zahl nachprüfen. Hat er hier gespeichert? Super! Bei den Switches hat er gespeichert, das weiß ich, aber die nützen mir ja nichts, weil die habe ich ja nur... Kann ich ja nur einmal spielen. Ach, verdammt! Hat der hier nachgespeichert? Jetzt werde ich hier jetzt sicher jeden Strohhalm... Reicht es, den Secret Exit zu machen, dass er da speichert? Fragezeichen... Oh! Ah, jetzt kommt man da sowieso... Oh! Jetzt wäre man da eigentlich erst offiziell reingekommen. Das wäre gar nicht gedacht mit dem Springboard. Ah, so! Yes! Gut! So, einmal Reset. 73. So, Watch Mario hat wieviele Exits? 77. Fuuuuh! 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 4 Exits fehlen noch! 4 Exits fehlen noch! 4 Exits fehlen noch! Das wundert mich! Dann... Ähm... In dem... In dieser sechsten Welt... Da ist hier ja noch eine Röhre... Und hier noch so ein Haus... Keine Ahnung wie wir da hinkommen. Aber ich denke dabei werde ich es erstmal belassen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss! 5 Exits! 6 Exits 9. 16. 15.